Was unser Erfolg im Unispital ausmacht, ist wirklich unser Team. Wir haben eine Mannschaft, die mit großem Sense of Purpose, mit extremen Einsatz, mit einer riesen Loyalität arbeitet, seit vielen Jahren und ich habe das Glück seit dreieinhalb Jahren im Unternehmen zu sein. Also für mich persönlich bedeutet das wirklich eine Anerkennung für die Reise, die wir begonnen haben. Die ist erst begonnen, aber das gibt uns auch den Ansporn für die nächsten Schritte. Da haben wir einen langen Weg vor uns, aber zu wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, bedeutet mir sehr viel. Mein Erfolg als CIO ist nicht mein persönlicher Erfolg, sondern es ist der Erfolg meines Teams. Es ist die Vielfalt von Themen, die wir mit tollen Menschen vorwärts bringen dürfen, zum Wohle und zur Zufriedenheit unserer Kunden. Der Award heute, dass wir das entgegennehmen dürfen, ist eine tolle Sichtbarmachung von den Menschen in der Informatik des WK. Diese Auszeichnung ist eine grosse Anerkennung für eine ausserordentliche Teamleistung. Ohne ein Team, das wirklich supportet, wäre so etwas nicht denkbar. Und es ist auch eine Wertschätzung für eine Branche, die in der Vergangenheit etwas unterschätzt wurde, die in der Zukunft noch viel bewirken wird. Der öffentliche Sektor hat viel zu bieten. Mein Erfolg macht aus, dass ich den Menschen ins Zentrum stelle. Digitalisierung bedeutet die Kombination Mensch, Technologie und Unternehmung so zu verheiraten, dass Mehrwert entsteht. Und der Mensch schlussendlich ist das matchentscheidende Glied in dieser Konstellation. Also ich fühle mich natürlich sehr geehrt. Das ist für mich ein Award, das die vergangenen zwei Jahre, die wir geleistet haben im Gesundheitswesen, extrem honoriert. Und es ist aber auch eine Auszeichnung, die bei mir an das ganze Team geht, das in den letzten zwei Jahren enorme Anstrengungen getrieben hat, um mit der Informatik, um mit der Digitalisierung vorankommen. Mein Erfolg macht aus, dass wir als Team extrem gut miteinander interagieren und entsprechend auch heute Abend als ganzes Team da, wissen Sie. Zwei Krankenhäuser ganz vorn bei der Verleihung des CAO Award, der Kanton Zürich und Zwickau, ein starkes Zeichen für die IT in der öffentlichen Verwaltung und im Gesundheitswesen. Der CAO Award zeichnet auf der einen Seite natürlich Leistungen und Innovationen aus, auf der anderen Seite aber sorgt auch dafür, dass die IT als Arbeitgeber wahrgenommen wird, was für tolle Projekte es da gibt, was für spannende Aufgaben. Insofern ist der CAO Award in diesem digitalen Ökosystem etwas sehr Wichtiges. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.